hallo und herzlich willkommen bei rettok gamble ich bin heute auf dir nach dem ticket und heute spiel für uns in januar wimbled wimbled bild ok ich habe gestern noch weiter gespielt später vielleicht und ja also ich habe gestern noch weiter gespielt habe die runde noch zu ende gespielt gehabt und die nächste runde auch noch und jetzt bin ich schon ein bisschen weiter stufe 18 da den fertig gespielt also erstmal habe ich gestern hier das zu ende gespielt gehabt und dann habe ich die noch sind gespielt jetzt habe ich den noch angefangen und werde den weiter spielen was war das hier 14 genau dann mache ich das mal wieder also bis gleich ok die halbe stunde läuft obwohl gestern das war noch nicht mal eine halbe stunde einfach weg los geht es hängeblume das war die schreibtisch lampe da ist eine ein notenstände daneben ok schreibtisch lampe notenstände fernrohr 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 habe ich doch gesehen irgendwo gestern und au moins Leier, ach so, Papierknödel war hier. Oh, da war auch was. Und die Jacke. Ach, ich war jetzt auf Platz 20, weil mich jetzt 24 wieder. Da hab ich eine überholt. Ein Notenständer, ein Vogelkäfig und ein Kissen. Notenständer, Kissen, die Jacke, die Schriftrollen, die Katze, das Fernrohr, Stern, die Leier, eine Flamme, Stern ist da drunter. Leider nicht perfekt, weil ich hab unten die Birne benutzt. Wenn ich die Birne benutze, dann ist es nicht mehr perfekt. Okay. Globus, Schriftrollen und ein Windspiel. Da ist Windspiel. Ah ne, ist gar kein Windspiel. Rüftrollen. Die Rosen, die Flamme, die Jacke, ein Schal, Karaffe, Fernrohr. Ach, da ist das Windspiel. Wo ist der Schal? Ja. Und? Sternen. Jawoll. Ich hab die Kisten gar nicht ausgepackt, die ich gestern noch gewonnen habe. Machen wir erstmal hier weiter. Vielleicht schaffen wir ja das. Enge Blume, Schallplatte, Windspiel, Teppich, Mikroskop, Jacke, Schachbrett, Würste, Ratte. Ich dachte gerade da, da geht eine Ratte. Aber Schachbrett ist da. Unendlichkeitszeichen. Ah, hier. Bürste. Okay. Ein Schild? Kein Schild. Eine Ratte? Da ist die Ratte. Bürste. Schild. Ich dachte, das wäre ein Wappen gewesen. Naja, egal. Ist so eine Bürste. Bürste, 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 Bürste. Wo ist sie denn? Bürste? Hallo? Oh. Gut getan. Lass dich gut versteckt. Wie Schlingel. So, Kissen, Schallplatte und Rose. Rose, Schallplatte, Kissen, Stern, Flamme, Jacke, Tresor, Schild, Katze, Schild, Eule. Ah, das ist keine Eule. Bürste, Bürste, Bürste. Eine Lupe. Ach, das war das Schild. Schon wieder. Ah, da ist die Eule. Ich habe meinen Kopf schütteln gesehen. Ah, da ist die Eule. Vielleicht sollte ich öfters meinen Kopf schütteln. Okay, Vogelkäfig. Globus. Hängeblume. Okay. Hängeblume. Globus. Karaffe. Fernrohr. Stern. Heppig. Eure. Schleife. Ratte. Erste Hilfe Kasten. Also die Pferde. Aber eigentlich gut. Aber ich habe hier unten die Birne benutzt wegen des scheiß Pferdes. Ja. So, da haben wir Rose, Eimer, Schreibtischlampe, ein Portrait, eine Katze, Papier, Knödel, Unendliches Zeichen, Feuerlöschung, Traubel. Da sind Trauben. Da sind Trauben. Da sind Trauben. Schleife. Schild. Und der Wasserspeier ist da. Hm. Noch vier Runden kann ich spielen. Rose. Ein Doktorhut. Ist das hier von der Uni oder von Doktor? Ich glaube, das ist von der Uni in Amerika, nicht von Doktor. Naja, und Schriftroll. Ich probiere es aus. Jo, Doktorhut. Aber ist das nicht von einer Universität, wenn du da... Tiger. Da ist Tiger. Da ist Tiger. Schaffe ich den dritten Stern noch? Bestimmt. Schriftroll. Schreiplatte. Hängeblumen. Oh. Ach, Pfeife. Keine Zeit zum Lesen gehabt. Aber das war schon mal ein Boot gewesen. So ein bisschen besser. Yes, Sir. Ah, okay. Jetzt kommt noch mehr dazu. Alma. Mikroskop. Ein Jahrbuch. Ein Banner. 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 Ein Notenschlüssel. Und den Säbel. Säbel habe ich. Boah, der ist gut versteckt. Ja. Geschichte. Plum, plum, plum. Ja. Okay. Ah, die letzte Runde. Einmal Schriftroll. Feuer. Mischalei. Schleife. Lupe. Pfeife. Nur genaue. Pfeife. Umschlüsse. Ach, wie ist hier. und mal das. Krone. Schede. uga. Schiefernrad. Was? Ha? Schifrenrad. Und die Krone. Das ist dann die Krone. Und wo ist das Schifrenrad? Wie sieht das aus? Da ist die Uhr, Kronleuchter. Okay, okay, okay. Hm, traurig aber wahr, ich habe keine Energie mehr. Aber, ich habe ein paar Kisten. Ich brauche noch einmal Sam, ja? Sam, wo bist du? Hey, Sam, hast du keinen Bock? Da ist er. Juhu, jetzt habe ich, was habe ich jetzt davon? Was habe ich von dem Sam jetzt? So. Oh, ein Puzzle. Sowas mag ich gern. Oh, ein Puzzle. Oh, ein Puzzle. Aber ist ein bisschen leicht. Ach, fehlen noch zwei Punkte. Was habe ich hier? Drei Sachen zum auspacken. Ey, das ist doch... Abholen. Und der letzte. Oh. Platzieren. Schachfigur. Das Pferd. Platzieren. Ein Holzbalken, oder was war das? Ein Pfernglas, oder? Oder so ein Astronautenausstieg. Keine Ahnung wie das heißt. Platzieren. Ein Klokodil. Ein Klokodil. Ein Klokodil. Oh, drei Sachen platzieren. Schaut doch nicht gerade nur zwei. Oder zeigte man nur zwei an. Auf wenn er mehr meint. Versagen. Ja. Wie viele Tage noch? 16 Tage geht das. Vielleicht bin ich ja etwas davon voll. Ich denke zwar nicht. Ich denke zwar nicht. Aber es kann ja sein. Gut. Dann. Ich schaue nochmal der Gilde nach. Vielleicht gibt mir ja einer einen Tee aus. Oder einen Kaffee. Oh, ein Bier. Dankeschön. Ich muss natürlich auch jetzt einen Kaffee da hinstellen. Zack. Bitteschön. Eine halbe Stunde für Inya. Weiter Zeit. Mein Kaffee zu trinken. Es geht noch 15 Minuten. Ich habe erst die halbe Zeit gebraucht. Das ist gut. Diese Zeit werden wir das Rätsel jetzt lösen. Hoffe ich. Okay. Schreibt die Schlampe. Globus. Und eine Karaffe. Alles hier in der Reihe. Das ist gut. Oh. Globus. Ein Portrait. Die Ratte. Tresor. Schleife. Kerzenschänder. Habe ich hier gesehen. Vorhin. Krone war hier oben. Ein Schädel war da. Ein selbe Schädel. Oh. Perfekt. Bisschen langsam einmal. Ah. Kein Perfekt. Okay. Da haben wir hier Schrift wollen. Holzfizierung. Unter Notenstände. Mikroskop. Papierkühlchen. Lupe. Wasser. Speyer. Schäder. Erd. Ein Vorhang. Die Krone. Und die Schlange. Wo ist die Schlange? Da. Ziemlich klein gewesen die Schlange. Die Schlange. Der Banner. Der Kerzenständer. Oh. Wo ist denn die Brille? Na. Kein Perfekt. Ich habe ja die Birne unten genutzt. Aber sonst war es sehr gut gewesen. Hm. War ich vorhin besser gewesen. Nicht viel. Aber ich war besser. Weiter geht's. 371 Punkte habe ich noch. Kissen. Portrait. Und Schreibtischschlappe. Habe ich gerade schon mal so angefangen? Schreiber. 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 Vorab. Wander. Mordenschlüsse. Vergessen. Da oben war der. Und die Schleife. Es war ordentlich perfekt. Ah. Fehlt da auch wieder ein kleines Stück. Ach. Ich war besser wie vorhin. Ich brauche aber 623.000. Hat das eine Nummer? Stern. Windspiel. Windspiel. Wo war Windspiel gewesen? Ach hier. Ein Edelstein. Was neu. Ist wieder. Muss ich mal schauen. Oh. Diamant. Und da ist das Ding jetzt. Wusste ich. Nein. Was war auch neu? Neu. Aber was kann ich noch von den anderen. Bilderspiele. Dingens. Bummens. Da. Guck mal. Die Lupe benutzt. 50.000 Abzug fast. Schon heftig. Ey. Die Lupe. Die Birne. Eimer. Holzfizierung. Schriftrollen. Ok. Holzfizierung. Eimer. Schriftrollen. Schalen. Papier. Weife. Schriftrollen. Schriftrollen. Boah. Die Eule war hier. Kerzenständer. Heder. Und dasselbe. Jawohl. Perfekt. Ah. Jetzt kann ich mich hinlegen und schlafen. Das sind über 600.000. Nein. Aber jetzt bin ich beim letzten Stern. Da gibt es noch mal mehr Punkte, weil noch mehr Bilder da sind. Oder noch mehr. Nicht Bilder. Sondern noch mehr. Gegenstände. Und jetzt ist alles voll. Oh. Es haben 22 Leute vor mir ein Perfekt geschafft. Sag ich jetzt mal. In den letzten Level. Okay. Ein Eimer haben wir hier. Die Karaffe haben wir hier und die Lupe da. Lupe. Karaffe. Eimer. Ich habe schon alles vergessen wieder. Eule. Die Uhr habe ich da gesehen. Flachmann. Kerzenständer. Notenschlüssel. Omega Zeichen. Motte. Alles neu. Flachmann. Schauen wir erstmal. Da ist der Flachmann. Und wir merken uns da, wenn wir suchen noch die anderen Sachen alle. Probieren wir. Alles. Kann sich sowieso nicht merken. Ah. Da ist die Motte. Okay. Eine Sprungfeder. Formel. Und den Omega. Das Omega ist da. Sprungfeder. Und eine Formel. Hä? Boah. Das ist ja mal. Heftig. Es ist nur noch eine Formel. Wo steht hier was hingekritzeltes? Es ist ein Spinnennetz da. Jetzt wird es besser. Passt auf. Ein Windspiel. Ein Teppich und die Lupe. Die drei kennen wir ja alle schon. Die Visor kennen wir auch. Den Vorhang kennen wir. Die Krone kennen wir. Ah. Schädel, Säbel, Spinnennetz habe ich hier gesehen gehabt. Wunderlampe, Gehstock, ein Gehstock, die Rüstung und eine Wunderlampe. Hä? Ich habe Schäde gelesen, obwohl da unten Säbel stand, aber da stand Schäde. Ich habe das so in dem Ball irgendwie schon mitgelesen. Keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt habe ich aber Schädel im Kopf, obwohl ich schon wieder da war. Bin so rübergegangen. Ach ja. So ganz komisch bei mir manchmal. Ein Windspiel, eine Jacke und ein Unendliches Zeichen. Unendliches Zeichen, Spinn. Schleife, Schädel, eine Schlange, Kerzenständer, ein Brief, ein Notabschlüssel, Spinnennetz, die Rüstung. Das ist das Ei und ein Brief. Genau dahinter. So ein Mist. Ich sehe da drüber. Das war kein Perfekt, aber es war sehr gut. Oh. 22. Ich lasse mich langsam der Nummer 1 ran. Die Bürste, eine Leier und ein Notenständer. Leier. Leier, Bürste, Notensprinder, Schachbrett, Uhr, Kerzenständer, Schlange, Brille, das Ei. Omega Zeichen, der Brief. Die war es. Es war glaube ich ein bisschen schlechter wegen gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, besser. Ich habe den nächsten überholt. Ja. Ne, doch nicht. Ganz knapp. Aber es war besser. So. Eule. Eimer. Durchhalte. Durchhalte. Stern. Eule. Eimer. Pfeile. Vorhang. Notenschlüssel. Feder. Früstung. Brille. Gehstock. Buschaba. Kenn ich nicht. Motte war hier. Buschaba. Da war der A. Da war der A. War nicht gut von mir. Ich habe noch einmal verdrückt durch das A. Entrücken wollte. Oh. Aber wieder ein bisschen besser. Können nicht mal Sachen kommen, die ich alle gesehen habe. Kommt immer so ein, zwei Sachen neu dazu. Konzentration. Schal. Schachbrett. Rose. Schal. Schachbrett. Rose. Bürste. Vorhang. Schlange. Projektor. Wieder was neues. Flachmann. Formel. Brief. Wunderlampe habe ich auch schon gehabt. Da hat die. Super. Projektor da. Und ein Schiff. Wo ist er? Neu bei noch suchen. Andere Sachen einprägen. Ok. Gut versteckt. Hatte ich euch auch noch gefunden, aber hätte noch ein bisschen gedauert. So. Jetzt. Katze. Tresor. Und ein Windspiel. Auf Plätze. Fertig. Los. Sprungfehler war hier. Schiff. War da. Motte. Ah. Ist eigentlich perfekt. Ja. Aber ich habe dann zweimal ein bisschen gezögert. Und das wird wahrscheinlich nicht reichen, um die Nummer eins zu sehen. Aber 651.000. Das ist schon mal eine Nummer. Oh. 13. Es sind nur 6.000 Unterschied gewesen. Das waren die zwei Sekunden, die ich da gezögert habe. Eule. Karaffe. Hängeblume. Hängeblume. Karaffe. Eule. Flachmann. Schleife. Schon wieder gezögert. Ah. Jetzt bin ich ganz raus. Vorher. Fangen wir raus. Die Formel. Eine Pfütze. Eine Pfütze müsste ja auf dem Boden sein, oder? Ist aber unfair. Noch eine Runde kann ich spielen. Dann bin ich gemastert. Dann bin ich gemastert. Dann bin ich gemastert. Dann habe ich gemastert. Okay. Tiger. Teppich. Ein Engel. Ein Engel. Die habe ich gesehen da. Den haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Engel. Tiger. Teppich. Unendlich Zeichen. Notenschlüsse. Schlange. Schäde. Was war das Schiffrad? Was war das Rad gewesen? Ach das war das gewesen. Genau. Genau. Ah. Das wäre so gut gewesen in der Runde. Wenn ich nicht vergessen hätte, was das eine war. Aber. Ich muss euch mal was zeigen. Jetzt habe ich das ja gemeistert. Also abgeschlossen. gestern war ich Nummer eins gewesen. Ähm. Darauf gehen. Play. Gestern. Bei den dritten. War ich bei denen hier. Nein. Ich wollte doch nicht spielen. Achso. Ich muss doch spielen. Um das zu sehen. Bei denen war ich Nummer eins. Erdländchen. Äh. Flagge. Ach. Ich weiß gar nichts mehr hier. Wanderfahrt war da. Himyang war da. Die Axt war hier hinten irgendwo. Der Rucksack. Die Eidechse. Der Wegweiser ist da. Adler. Türriegel war hier. Wo war der Adler? Da war der Adler. Ja. Ich war gar nicht Nummer eins. Also hier war ich Nummer 17. Dann war es die andere Runde. Dann war es bei der Nummer vier. Bei der erste war es dann der Eise. Da war ich glaube ich Nummer eins. Ah. Kätzchen. Creme. Gehstock. Gehstock. Bruderquaste war hier. Handschuhe war hier. Haarkamm. Schlüssel war da. Regenschirm. War nicht hier der Regenschirm? Da war der Regenschirm. Brille. Ich will alles vergessen. Das ist das Schiff. Herz. Wirklich sehr viel vergessen. Die Brille. Wo war die Brille gewesen? Und der Kranich war auf jeden Fall hier. Da war die Brille. Ja. Na ja. Man kann es ja nicht alles merken. Hier war ich aber Nummer eins. Uh. Nur mit paar Punkten Vorsprung. Heftig. Da habe ich gestern gejubelt, wie ich das geschafft habe. Na gut. Okay. Dann war es das für heute. Ich denke mal, wir wollen nächstes Mal. Ja. Ich werde gleich auch noch mal kurz spielen für meinen TikTok Kanal. Aber es scheint sich in diesem Spiel richtig gut bunt. Na mal schnell hier die Sachen pflücken. pflücken? pfarm? Jawohl. Wird weiter ausgebaut. Gut. Dann war es das für heute. Was habe ich hier noch? Ja. Ja. Das war's für heute. wählen, ich nehme die kiste, was soll ich mit den bildern? freu nicht das habe ich noch eingekriegt, stimmt, ich habe ja einmal abgeschlossen dann schauen wir da nochmal rein da bin ich ja fast fertig mit dem bild ok schon wieder drei neue sachen, egal, beim nächsten mal gut, beenden wir das spiel und dann sage ich mal Dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen, tschüss bis dahin wünsche ich euch, 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 bis dahin wünsche ich euch Untertitelung des ZDF, 2020